Ah da, die Gnomes haben erreicht und mit dem, der Rest der Krieg, ein Gnomisches Mage. Was, du da? Oder du da? Ich kann doch einfach in den Roster gucken. Ich habe sehr viele Elfen, muss ich sagen. Da hinten kann ich einen Trading Post hinbauen. Habe ich schon in beiden... Ich habe in keinem von beiden Veteranen Gards. Ich rufe mal hier zu den Arms. Auf Wiedersehen, Lunard. Ihr war told, Your Majesty. Das hat's collected. An unglomerate... Majesty, the local blacksmith offers new services. Your Majesty, our new building is complete. I serve with pleasure. I feel my life. In the name of the Sovereign. Das könnte jetzt ein bisschen brutaler werden. I feel my life. I feel clean. I'm flushing. Victory is not in the cards. Let Acrella help. I feel it's not here. I feel it's not here. Aber wir kriegen das noch hin. Ich sollte aber auf jeden Fall gucken, dass ich meine Warrior Guild verschiebe. Our Magic Bazaar now offers fine new Elixirs, your majesty. Sovereign, your marketplace now serves you better. Majesty, the local Blacksmith offers new services. Sovereign, a building has been upgraded. Wobei, ich baue einfach eine zweite Warrior Guild und hole mir mehr Paladine. Wow, das werden jetzt aber langsam viele Drachen. Hat da einer meiner Elfen Stufe 10 erreicht, oder was? Meine Chance! Oh, in the Reinforcements! The name of the Sovereign! I feel a reason blows no air. You hold your majesty! I feel, we find the name of the Sovereign! No air. No air. No air. No air. Man guckt mal, dass ihr da die Pits loswerdet, die unter unserer Flanke sind, die vier Stück. I feel bummed. I feel bummed. Let the Grilla's help quickly. In the name of the Sovereign. Aggrilla smells fun. I feel a little bit of joy. Our magic bazaar now offers fine new Elixirs, your majesty. Our new building is complete! The Dwarven army is on the move. They have fashioned allies with the Elves in order to stop the Serpents from using Elvenlets to establish Wutordinated Dahlia. The Dwarves are coming from Detamorti and should be here soon. Ah, sehr schön. Oh, mehr Unterstützung. Oh! Ah! 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 Das ist nicht gut, wenn es hier die Launch ist, dann halt. In the name of the Sovereign, 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 Dwarven army has survived. So, jetzt erstmal die da loswerden. Da ich so viel Geld habe. Eine Wizard-Gilde. Da kommt schon wieder ein Eis-Drachen-Angriff. Dwarven. Hmhm. du bist die letzte war wie er die letzte da hinten shit sovereign a building has been upgraded energies of light Okay, jetzt ist grad sterbfest. Zurück habe ich zwei Markplätze, um mehr als genug Geld zu machen. So, wenigstens sind wir schon bei dir aus der Flanke los. Our magic bazaar now offers five new elixirs, your majesty. Athra, I serve with pleasure. Oh. Energies of light! So, ich sichere mich hier mal richtig gut ab. Your majesty, a new building is complete. I feel in the name of the sovereign now. Man, was für ein Gewusel. Your majesty, a new building is complete. Your highness, we've improved the guardhouse. I am enlightened. Your majesty, a new building is complete. Your majesty, a new building is complete. Was ist das jetzt? Enemy is on, uh, on their way. Das ist meine letzte Lounge. Da ist meine Launch in Ruhe. I serve with pleasure.